hallo und herzlich willkommen ich bin euer play tv und begrüße euch zur finale von minecraft herbert 4 zusammen mit dem floffix hallo dein auge mein ganzer bildschirm ist nur der auge wir machen für uns zwei heute den letzten part live streams wird es vielleicht noch geben wenn ich bock habe eher weniger und wir haben uns für heute folgen um einen widder und den ender dragon zu spawnen im netter ja beides zugleich so beides zugleich genau und ich muss noch etwas dringendes machen das ist echt dringend dringend haben wir irgendwann anseln haben wir das sicher oder ja das ist ein paar ein paar so sagen lustig namen obi waaan in general kenobi na kennst du es noch von episode 2 da ja 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 kenn ich in general kenobi ok wenn jetzt einfach ok wir gehen jetzt rüber und machen das fliegen portal und dann fliegen hi nein er ist weg wir haben ja da unseren privaten weg stimmt brauchen wir nicht doch wir können auch fliegen aber warum ein windet hui aber ich bin flogen das zeit aua stimmt wegen dem villager warte 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 du musst immer im impo durchs boot in den enden ins ein dass man immer ich weiß dass du das nicht mehr machst aber warum muss ich es auch machen du musst aua krieg immer feuerschaden dadurch ja man fangt dann an zu brennen ich hoffe da ist irgendwo a wasserquelle weil ich hab kein wasser mit aua 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 aber ihr wasser mit auch überhaupt kein zu brennen ok wie doch brauchst du jetzt den ender dragon zu spawnen ich brauchst sie nur drei stars über den wüter zuerst machen also zuerst spawnen und dann direkt danach den ender dragon ok warte dann brauchst du den wüter auf einfach da irgendwo ja warte ich platziere dann schon mal drei von denen und zwar ok geht mach mach zu schämen freund ok der wüter ist ist da der wüter ist weg wo irgendwo der oma fliegt da oder zu die post die post war es noch da würde muss ein bisschen heim alles ich glaube er tötet die ganzen enderman oder ist mir egal oh oh scheiße ich bin verwittert du kannst mich gar du kannst mir gar nichts ich bin unsterblich was ist jetzt eigentlich mit dem ender dragon los das portal ist offen warte 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 ich glaube dass irgendwas schief gelaufen ich gerne kurz glas holen dass sie den 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 zum glück haben wir doppelt so viel materialien für den ja ich bin gerade in der base ja aber es gibt ein problem ich glaube ich glaube man kann nur an ultra boss gegner haben ist das sicher ultra boss gegner ja ja ich bin mir sicher aber 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 ich werde gott durchgereicht hilfe vielleicht hat der wieder an end crystal zerstört ich sehe aber die end crystal oben aber ja vielleicht hat er nicht alle zerstört aber bitte kommt schnell und schau da die sonne von meiner sicht schaut so klein aus also wie soll mehr tun kann es sich dann schon die warte lock ihn weg dass er die christmasen zerstört okay okay mama kommt er mal noch ja ich will nicht sagen aber bei allen überhaupt irgendwo hinten definiere hinten bei der farm also in der nähe von vom farmabgang okay sagen wir wenn es geht ja weiß ich komme hallo mal bitte flieg hoch kill zeit gegenseitig bitte wäre das geld hallo ist nie müssen ja auch ich sehe ihn wohl dann immer ich höre ihn noch hinter mir immer noch hilfe general knappe ich glaube den ender dragon kann man leider nicht um benennen aber das mit nur da ist lustig dass der nahe das oben steht kann abgehen und noch nur noch oh gott hilfe geh weg geh weg jaja ender dragon gibt es verstanden es kommt bock auf mich die akzeptiert in einer 150 kira okay sind alle es sind alle christos kaputt darf ich ihn jetzt angreifen aber endlich geh weg geh weg ich baller gerade cope es solights geht war ja was hat er für ein effekt er hat dann schutzschuld gegen pfeil und bogen na 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 ich meine diese partikel die ach so das ist das ist der scheiß vom drohen ok na das heißt dass da genau ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt ihr habt verdammt weiter geht's bei fluffix was schau mal bei der blöcke sind ist er da oben das habe ich nicht gewusst leben meine items noch nah die sind gestorben wo sind sie denn wo bist du denn gestorben immerhin schaut aus wie deine items ich schenke dir das danke für was auch immer und was auch immer das ist so die gold äpfel umgeändert im texture pack von dir ja zu porschlotter sammeln bitte was für ich habe alles gesehen und alles gehört was hast du mir jetzt entweder getroppt eine von diesen eisen war die ein paar die schon zu gestern mir geht das spitzer kopf was so noch was schon was schon falsche alarm jetzt während dem bogen spannen ins inventar gegangen jetzt irgendwas gedroppt unabsichtlich dass das nächste mal wenn auch du kannst du damit mit dem bogen erwischen ich baue das jetzt ab dass er dann herunten herunten ist und nicht oben herunten ist hallo was kann man mit drachen atem normal machen lingering potions also die verwaltränke ja genau wo ist der drache ja getroffen ok der zweite feld war lustig oh scheiße schön normal an eine gedründet wow 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 danke dafür dafür der schutz gar er hat sich den übelsten schutz aufgebaut ja 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 die soundeffekte sind immer so geil level 18 ja die da nur der erste gibt es vor allem wo ist das ei es gibt nur eins ah ja droppt nur eins ja nur beim ersten mal oh schade warte warte schauen wir mal ob da bei dem dings was da jetzt dazukommen ist irgendwas in der nähe ist also ist er nahe ist ja klar bei jedem kühl und es können maximal 24 grad sein ok hab's gefunden cool ich schau zu deiner cam wir probieren gerade zwei endermen zu kühlen hallo hi hallo hallo erstmals selbstgespräch erfüllen oh guten tag herr endermen wie geht's ihnen was die frau nervt da bissl na für konnie nix oh gott aber leuten damit würde ich sagen hui wenn euch der letzte part gefallen hat dann lasst doch ein like und ein abo da aktiviert die gore können nichts mehr zu verpassen schaut bei vorfix vorbei der ist in der video beschreibung verlinkt das war minecraft herbert 4 für das team play tv hallo hexe ich hoffe ihr hattet spaß mit uns und dem ganzen team und dem ganzen herbert gedöhnt hier schaut unbedingt bei der online vorbei ich weiß nicht wann dir die letzte folgen bringen an für das team play tv ist das projekt ab jetzt für youtube zu ende ja dann würde ich sagen vielen dank fürs Zusehen bis dann euer play tv servus warte 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 ich schaff das ich schaff das ich schaff das du musst das S noch strecken das S muss gestreckt bleiben servus ich bin ein ganove ein ganove ein banause ein banause ha ha hi oh na der mod ist wieder da und tschüss servus ich schaff das schaff das mach unter schaff das schaff gegenüber 버 mit du w혼 mich zu